Zurück zu BasketBrawl. Im letzten Video habe ich es schon gezeigt, man kann auch danken in BasketBrawl. Hier nochmal dieser sehr coole 3-Punkte-Dunk. Achtet auf den Surge, der nähert sich da der Zone. Primo wirft ihn und mit dem Ball zusammen in den Korb. Ein wunderschönes Danke. Hier nochmal so ein wunderschöner Dank, da nähert sie sich der Linie. Primo wirft sie mitsamt dem Ball in den Korb. Wunderbar gemacht. Ja, so geht das. Supercooler Stunking. Aber Achtung, auch der Gegner kann danken. Hier Colette schnappt sich den Ball. Primo wirft sie mitsamt dem Ball in den Korb. Ein wunderschönes Danking. Und weil so schön ist, hier gleich nochmal in Zeitlupe. Colette mit dem Ball. Primo packt sie und sie geht wunderschön in den Korb. Super Danking. Da kann ich nur sagen Danke, Danke. Und weil so schön ist, hier gerade nochmal ein Danking. Hat dieser Bayern gerade ein Danking gemacht? Da nähert er sich, schnappt den Ball. Primo wirft ihn. Und ein wunderschönes Danking. Das macht wirklich Freude. Was denkt ihr? Passt Frank auch durch den Korb? Auch diese Frage können wir nicht unbeantwortet lassen. Erstens kommt es dicker und zweitens als man denkt. Da ist Frank, wird geworfen und auch Frank schafft ein super Danking. Das würde man ihm gar nicht zutrauen, weil der ist ja schon ziemlich kräftig gebaut. Aber sogar Frank wird von Primo geworfen. Mitsamt dem Ball ein super Danking. Es macht einfach Spass, da zuzuschauen. Versucht das mal in einem Spiel, so ein Danking hinzukriegen.